was geht ab leute ich teste alle berliner döner in münchen heute zweite chance edition barbers döner von massiv da waren wir schon mal willst du mich bearschen ich gebe gerne noch mal eine zweite chance und ja tages performance gibt's das problem ist wieso immer wenn ich da bin ohne kamera oder wenn die kamera nicht auffällig ist weil der unterschied jetzt ist natürlich die wissen dass ich komme die wissen dass ich videos mache die wissen dass ich eine gewisse gleichweite langsam aufbauen da haben wir ihn ihr erinnert euch sicher an das erste video von mir den wolltet ihr dass ich probiere leute mit kalt döner time leute einmal hähnchen einmal kalb so wie alles in den kommentaren wollten ich werde beide testen hier ich bin noch mal ein der direkte vergleich zum ersten mal wo ich ganz anders aus einfach mit allem leute super knuskig super dünn rot hat mir beim letzten mal auch gut gefallen das gut zumindest das ist ein bisschen flasch das ist ein bisschen flasch Ja. Gut gewirkt. Mmh. Das ist ein Oschi, Leute. Das ist echt. Das letzte Mal, wo ich hier war, aber das ist so groß. Echt? Ich blende hier mal kein Video. Oder nein? Man erkennt das nicht so im Verhältnis, aber der ist dreist klein. Das ist ja die zweite Chance. Soße Top? Das wache Brot finde ich geil, weil ich könnte so quetschen. Ich kann sagen, wir hatten jetzt erst zwei Berliner Döner. Das wäre der beste Berliner Döner bisher in München. Nein? So ist der qualitativ nicht schlechter als der in Berlin. Aber? In Berlin ist es ja auch nicht der Beste. Aber. So ist die in Ordnung. Geht auf jeden Fall klar. Hähnchen, Digga. Oh, gut gewirkt ist das. Ja, ich finde Hähnchen aber besser als Kalki. Das finden viele. Weißt du, das sagt nicht? Ich würde auch sagen, ich will vor zu gehähnchen. Das hat ein gutes Aroma. Ja. Ein bisschen so Güllhähnchen-Geschmack schon. Gut mariniert. Gut mariniert, ja. Also das Hähnchen würde ich echt sagen, ist schmackhaft. Aber für das Hähnchen würde sie wiederkommen. Sie hat gesagt, für das Hähnchen würde sie wiederkommen. Ich muss auch zugeben, Hähnchen sah am Spiel schon sehr gut aus. Sie hat das Hähnchen. Ja, es ist sehr gut. Das Hähnchen hat Umami wirklich. Und das ist immer wichtig. Power. Da schauen Sie. Ich quetsch das Boot nicht genug. Warum? Das Unterbewusst. Keine Ahnung. Jahrelanges Training, Leute. Ja. Unten? Top. Wo sie sich die Soße gesammelt hat. Mit dem Fleisch. Gut. Echt gut. Schnusstrich. Und drinnen trotzdem auch fein. Super fast einiges Tor, gell? Wie nennt man das, wenn man eine zweite Chance bekommen hat und dann gut performt hat? Also auf Englisch heißt es Redemption. Redemption? Aber auf Deutsch keine Ahnung. Also der hat sich redeemed, Leute. Geht auf Google. Redemption. Dick CC. Auf Deutsch. Und schaut nach, was das bedeutet. Plus, Bonuspunkt. Ich sammle die. Habt ihr brav aufgegessen? Ja. Ah, da ist noch Fiesel. Aufessen. Feugtuch. Das ist nicht dein. Ein Feugtuch. Aha. Danke. 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 Du hast gesagt, jetzt soll ich irgendwas probieren? Oh ja. Wir probieren den roten Kohl. Da wo der rote Kohl ist. Mit Leiter. Der Kohl wird gehypt. Der Kohl ist lecker. Der Kohl schmeckt so viel besser. Der Kohl. 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 Richtig gut gewürzt. Der Kohl. 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 Okay, das ändern wir. Da waren sie echt fair. Sie sind auch zu in der Kommunikation. Ich bin seit 18 Jahren mit Coca-Cola. Ich weiß, wie ich das Thema sonst auch behandeln oder drücken. Ich muss sagen, klar, sie verdienen auch ihr Geld. Wir arbeiten für die mit. Aber es hat uns am Anfang geholfen. Ich glaube, 70 Prozent unserer Gäste wissen nicht, wer massiv ist. Wir kommen einfach, weil es schmeckt und weil die Maskele. Ich bin selber krass. Manchmal fragen sie mich. Hey, wer ist denn das? Ich höre hier, was wegbar ist. Schmeckt dir der Dürer an? Ja, ist mir auch wurscht. Es kommen auch Kinnis an. Wir kommen massiv wieder. Folgt uns auf Instagram und sagen dir Bescheid. Ja, klar, klar. Wie ist die Laufzeit seit der Eröffnung? Zufrieden? Ja, absolut. Wir haben am Anfang gedacht, so ein Eröffnungshypen, dann flach. Das ist nicht passiv. Unser Hauptproblem ist Personal. Es ist wirklich massives. Ich habe ja drei. Ich habe überall Personalprobleme. Hier am meisten. Das habe ich auch nicht erwartet. Weil mein Partner ist selber Türke. Ich habe immer so ein bestehendes Ding. Es kommen so viele Leute, die labern und die sagen, ich habe Dönererfahrungen. Und manche gehen nach zwei Tagen selber, weil sie wirklich gearbeitet haben. Und es stellt sich für dasselbe. Geht lieber in so einen Seitenstraßenladen, der halt einen Bruchteil hat. Andere schmeißen Dürer raus, weil sie, wenn ich ihnen achtmal sage, Mehrfleisch rein. Weil ich ihnen achtmal sage, erst die Soße. Dann, wenn die es gewohnt sind. Und du es halt nach drei Tagen immer noch nicht verstanden hast. Das ist das Konzept. Das ist das Konzept. Das ist leider nicht. Oder ich habe Ärger mit dem Center. Weil unser Lager ist im Monach Center. Wenn ich ihnen achtmal sage, Speisereste. Speisereste. Bier zu Papi. Gestern kriege ich wieder eine E-Mail. Drei Säcke Müll im falschen Ding. Sie kriegen den Rechner über die Reinigung der Tonne und so weiter. Dann habe ich gestern auch gleich eingeladen. Das ist echt. Das ist wirklich anstrengend. Ich habe ganz viel abgenommen seit heute. Maschallah. Abolation. Nicht mit Absicht. Schadet mir sicher nicht. Ja, mach mal. Er fertigt noch meines. Keine Sorgen. Wow. Hier ist Sackbrown. Einen Salz. Einen Salz. Oder weniger. Wir checken hier noch ein Bubble Tea ab. Alle Bubble Tea München müssen probiert werden. So. Was haben die denn hier? Und Jelly Rainbows. Ohhhh. Schوchtig heute. Ja. Okay. 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 Was stehst du so weit weg? Okay. 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 Tee ist okay. Perlen, zu durchgeweigt. Ich mag es ein bisschen härter. Die von gestern waren besser. Der Tee von gestern war auch besser. Kann man trinken. Ich werde es nicht wegschmeißen. Babas Döner von Massiv. Beziehungsweise Franchise von Massiv. War tatsächlich gut. Vor allem Hähnchen. Kommt in meine Top 5 München momentan. Ranking hier. Es ist schwer zu beurteilen. Denn Extra Treatment. Ich war schon mal dort. Keiner wusste, dass ich komme. Keiner wusste, wer ich bin. Katastrophendöner. Sogar Frechheit Döner. Jetzt mit Einladung. Geht auf der Nacken. Hey. Der macht TikToks, Videos, YouTube, Instagram und so. Okay. Chef persönlich. Macht den Döner für mich. Tatsächlich. Man merkt eine Differenz. Aber Fleisch an sich war top. Tatsächlich. Und für die Qualität. Also für die Konsistenz. Wie solide der regelmäßig ist. Kann ich nicht garantieren. Ich kann nur das beurteilen, was ich bekommen habe. Beim ersten Mal schlecht. Beim zweiten Mal gut. Das war's von mir Leute. Ah ja. Und Bubble Tea. Im Monopier Zentrum. Ja. Kann man machen. Ist jetzt nichts besonderes. Wir hatten schon schlechtere. Sehr viel schlechtere. Dementsprechend. Unterdurchschnittlich. Aber immer noch besser als die schlechtesten. Das war's von mir. Wenn wir mal liken, subscribe, kommentieren. Check die Wiese auf. Folgt mir gerade auf Instagram und TikTok. Und beim nicht aktiven Zeitkanal der Mine. Aber demnächst muss ich sogar ein Video hochladen. Weil ich habe da einen Vertrag sage ich mal. See yous Business und Ciao.